Geil, Munition und Polizei, aber keine Waffe. Oh Gott, Alter. Auf dem Dach. Auf dem Dach, ja. Vantage halt wieder. Ich helfe ihm mal unten. Digga, ernsthaft? Warum? Audio wäre nicht vorhanden. Jetzt aber, lol. Da habe ich aber mal übel reingeschissen. Habe ich mich mal kurz gefühlt wie Stealia. Eine Vantage gewesen sein irgendwo. Wahrscheinlich zumindest. Ja. One-Shot. Das ist krank. Das ist gut. Ich habe die jetzt. Okay. Sie hat sich selber. Bei ihm ist noch jemand, habe ich gerade gesehen. Ja, dachte ich mir schon. Zieh ab, zieh ab. Oh mein Gott, der ist so flash. Oh mein Gott, der ist so flash. Ja, ist okay. Ja, ist okay. einer liegt. einer noch irgendwo hier was ist los ich habe übelst den kronos an hat da gar kein usb kabel dran wir gehen das alles gut poste liegt oh mein gott was junge ich habe so einen heftigen laser das ist ja nicht witzig ist das einer oder was das ist mehrerer oh shit einer liegt da ist eine die 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 das glaube ich hier hinten nach rechts am eck nein also ich weiß nicht was das gerade war ich habe so heftige laser geschoben das junge das 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 das